Heute geht es um die Vorabpauschale bei Aktien, bei ETFs, denn der gute Jannik hat uns die Idee gegeben, unser Depot mal gegen ETFs zu vergleichen. Vor kurzem haben wir dazu auch schon mal ein Video hochgeladen, wie wir eine mögliche ETF-Strategie umsetzen. Das verlinken wir dir gerne in der Endcard für alle Gedanken rund um diese vier ETFs. Schau im Anschluss gerne dort mal vorbei. Und für individuelle Fragen und Anregungen empfehlen wir dir unsere Kanalmeldschaften, Kanalmeldschaften, welche seit dem Jahr auch in einem kurzen Trailer ausführlich vorgestellt werden. Der Jannik hat also geschrieben, gerne auch mal am Beispiel, wie viel ihr zahlen müsstet, wenn 60% eures Portfolios aus ETFs bestehen würden, also circa 2 Millionen. Ja, jetzt fangen wir mal etwas weiter an. Die 2 Millionen merken wir uns aber mal. Die ETFs, die wir zum Beispiel aufgrund von Cashflow und Dividendeninvestment bevorzugen würden, ist auch in dem erwähnten Video hinterlegt, wäre einmal der Global Quality Dividend Growth. Der Global Quality Dividend Growth setzt dabei auf verschiedene Länder, verschiedene Regionen. Er ist ein bisschen ähnlich aufgestellt, wie zum Beispiel ein MSCI World. Allerdings hier natürlich, wir haben Aktien dabei, die Dividenden ausschütten. Und so sehen wir zum Beispiel auch, dass Position 5, 6 und 7 eine Procter & Gamble ist, eine Coca-Cola, eine Roche oder auch ganz unten eine LVMH, die einen verhältnismäßig kleinen Teil an Dividenden ausschüttet. Und so kommt der ETF auch insgesamt zwar nur auf eine Dividendenrendite von 1,8%, ist aber soweit erstmal in Ordnung, denn hier ist der Fokus ja auf Dividendenwachstum. Die Frage vom Jannik, wie viel Vorabpauschale wir denn zahlen müssten, wenn wir 2 Millionen in einem solchen ETF als Beispiel hätten. Wir haben gleich nochmal einen anderen ETF mitgebracht, aber das schauen wir uns zunächst mal an. Hier haben wir euch die Seite mitgebracht von Finanzfluss. Ist eine sehr, sehr gute Seite, wenn ihr euer Wissen aufbauen wollt. Ebenfalls gibt es hier viele verschiedene Rechner, angefangen von Steuerthemen über Thanky-Diagramme und Co. Schaut hier auch sehr, sehr gerne mal vorbei. Das lohnt sich gut. Füllen wir die Tabelle einmal aus. Der Fondswert in Euro Anfang des Jahres. Nehmen wir hier diese 2 Millionen Euro rein, Fondswert am Ende des Jahres. Das ist immer etwas schwierig zu berechnen, wenn wir das in die Zukunft machen. Dann nehmen wir hier einfach mal die 7% an. Das wären dann 140.000 Euro on top. Wenn wir jetzt hier die aktuelle Dividendenrendite von 1,814% nehmen würden, kommen wir hier ungefähr auf Ausschüttungen in Höhe von 36.000 Euro. Wir haben einen Fonds mit über 51% Aktienquote. Ja, der Berechnung ist jetzt hier 20,23. Ist leider etwas unglücklich, aber der Zinssatz für das Jahr 2024 steht noch nicht fest. Dementsprechend nehmen wir hier mal die 2,55%. Hier jetzt die Berechnungen. Der Basisertrag ist nur der Fondswert zum Jahresbeginn mal Basiszins. Hier kommen wir auf 35.700 Euro. Die Wertsteigerung der Voranteile, die haben wir eben selbst mit angegeben. Hier durchschnittlich mal 7%. Kann natürlich weniger sein, es kann mehr sein. Aber irgendwo müssen wir hier mal ein Mittel anlegen. Da erscheinen uns 7% ganz gut. Vorabpauschale 0 Euro. Warum? Wir haben hier einen ETF, der ausschüttend ist. Bei Dividendenaktien und bei Ausschüttern fällt diese Vorabpauschale in der Regel nicht an, wenn die Erträge hier über dem entsprechenden Basiszins liegen. So ist es auch bei uns. Wir setzen ja auf Cashflow. Dementsprechend egal, was wir hier machen würden. Wir hatten uns auch mal noch einen World ETF herausgesucht, der einen Dividenden von 1,6% hat. Das Ganze würde sich nicht groß ändern. Wir würden hier bleiben bei dem Szenario. Spielen wir aber mal mit Ausschüttungen als Beispiel von 0 Euro, wie sich das Ganze dann verhalten würde. Jetzt ist der Basisertrag die höchste Summe. Hier würden 35.700 Euro zur Berechnung hinzugezogen werden. Dann natürlich einmal die Teilfreistellung, die wir haben. Dann abzüglich die Steuerlast wären 6.591 Euro, die wir im Vorfeld zahlen müssten, wenn wir die 2 Millionen in so einem ETF haben. Eine Mischkonstellation nehmen wir mal an. Wir haben einen ETF mit Ausschüttungen, einer Dividendenrendite von ungefähr 1%. Dann müssten wir bei Ausschüttungen grob bei 20.000 Euro liegen. Und jetzt wird das Ganze etwas interessant, denn jetzt haben wir eine Mischkonstellation. Wir haben zwar schon auf die Dividenden, beziehungsweise in dem Fall bei einem ETF, auf die Ausschüttungen Steuern gezahlt. Die waren aber nicht groß genug. Dementsprechend wird auf die Differenz, diese 15.700 Euro abzüglich der Teilfreistellung, nochmal die 10.000, sagen wir mal 11.000 Euro, hier eine Vorabpauschale verlegt. Wenn ihr einen ETF habt, der ungefähr, wir können es jetzt mal ausrechnen, nehmen wir als Beispiel mal 30.000 Euro, dann ist die Vorabpauschale immer noch ungefähr bei 1.000 Euro. Das sind ungefähr 1,5%, 1,6%. Nehmen wir einfach mal 32.000 Euro. Wir nähern uns dem Ganzen jetzt einfach mal an. Dann wird die Steuerlast immer kleiner. Den Rechner verlinken wir euch sehr gerne mal unten in den Kommentaren. Aber natürlich müsst ihr euch immer bewusst sein, die Vorabpauschale ist nicht alles. Und im Endeffekt sollte man irgendwo auch froh sein. Denn wenn man eine Steuerlast hat, dann ist das in der Regel immer ein Indikator für Gewinne. Und dementsprechend, wenn man die Steuern so betrachtet, können Steuern auch einen positiven Effekt haben. Und letztendlich, da kann man natürlich wieder geteilter Meinung sein. Aber kommen die Steuern ja mehr oder weniger auch dem Allgemeinwohl zugute. Ebenfalls, und das ist nochmal ein Thema, was wir euch einfach mal im Anschluss mitbringen wollen, gibt es noch weitere oder reguläre Kosten bei einem ETF. Ihr kennt die vermutlich. Nehmen wir uns nochmal den Global Quality Dividend Grow ETF. Der hat eine TR, eine Total Expense Ratio. Hier steht, dass diese alle Kosten umfasst von 0,38%. Prinzipiell ist das auch alles richtig, wie es hier steht. Wir haben eine Kostenquote von 0,38% aufs Jahr gerechnet. Die wird euch aber nicht einmal im Jahr abgezogen, sondern über das Jahr verteilt werden sozusagen Fondanteile verkauft, die dann den Wert des einzelnen Anteils minimal reduzieren, sodass der ETF am Ende vom Jahr auch ungefähr diese 0,38% kommt. Es gibt aber tatsächlich noch eine Kenngröße, die man berücksichtigen soll, wenn man das Ganze sehr genau machen will. Und das ist die Tracking Differenz. Wir haben euch hier mal die Tracking Differenz mitgebracht. Die TR sehen wir hier nochmal für den Wisdom Tree Global Quality Dividend Grow ETF liegt bei diesen 0,38%. Aber die Tracking Differenz, die Varianz hier ist 0,01%. Hier performt der ETF minimal schlechter als der Index. Hier müsste man diese Kostenquoten noch draufrechnen. Also hier weicht, um es mit einfachen Worten zu sagen, nur der ETF von dem entsprechenden Index ab, der nachgebildet werden soll, ist eigentlich auch etwas, was man bei den Kosten mit dazu rechnen will. Hier also insgesamt rund 0,4% für einen Global Quality Dividend Growth ETF. Ob wir diesen ETF jetzt mit 2 Millionen Euro besparen würden, ist eine andere Frage. Ist immer Geschmackssache. Wir sind aber aktuell mit der Aufteilung, wie wir sie haben, mit den Aktien, wie wir sie haben, definitiv deutlich zufriedener. Denn hier können wir frei entscheiden, welche Aktien wir bei uns ins Depot mit aufnehmen wollen. Welche Aktien lieber draußen bleiben. Wir haben gar keine Kostenquote. Und vor allen Dingen können wir anhand der Aktien selbst die Zahltage ein bisschen steuern. Ist natürlich irgendwo irrelevant. Wenn man aber von den Dividenden irgendwann leben möchte, hat man natürlich einen gewissen Interessenskonflikt. Ob wir damit den Markt langfristig outperformen werden, ist ein ganz anderes Thema. Das wollen wir aber auch nicht unbedingt. Wenn es klappt, natürlich schön. Ansonsten Cashflow gepaart mit Kursrendite und auch die Sicherheit, die eine entsprechende Diversifikation ab ungefähr 20 bis 25 Aktien bringt. Darüber hinaus macht es vielleicht auch weniger Sinn. Ist für uns das Ganze auf jeden Fall wert. Man könnte das Ganze auch mit ETFs aufbauen. Wollten wir an der Stelle aber nicht. Und jetzt lass uns gerne mal deine Meinung dazu in den Kommentaren. Wir sehen uns beim späteren.